Das ist der vierte Teil einer Reihe kurzer Videos, in dem wir Ihnen vorstellen möchten, warum und wie Sie an den German Stevie Awards 2020 teilnehmen können. Das Thema dieses Videos, wie der Gewinn einer Stevie Award Trophäe den früheren Preisträgern der German Stevies genützt hat. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Organisationen Nominierungen für die German Stevies einreichen. Deshalb gibt es so viele verschiedene Kategorien zur Auswahl. Hören Sie von einigen der früheren Preisträgern selbst, warum der Gewinn eines Stevie bei den German Stevie Awards sich so positiv auf Ihre Organisation ausgewirkt hat. Gewonnen haben wir den in Gold, der Stevie Award in Gold. Und die Bedeutung ist, es ist natürlich eine super Wertschätzung, wenn ein fremder Juror auf so ein Konzept guckt und auf das Ergebnis und es für würdig hält, so einen goldenen Preis zu bekommen. Das ist schon eine schöne Wertschätzung, wir haben uns gefreut. Und zum einen, wir werden es wieder versuchen mit dem nächsten tollen Konzept, das wir haben. Und zum anderen hoffen wir, dass es ein Zeichen in den Konzernen hinein ist, dass es sich lohnt, mal eine eigene Idee in Dritten zu challengen und zu gucken, was dabei rauskommt. Wir freuen uns sehr, dass wir die Auszeichnung als Unternehmen des Jahres und als beste Softwareplattform gewonnen haben. Denn wir haben nicht nur den Fokus auf unser Produkt, sondern wir möchten uns auch als modernes und innovatives Unternehmen am Markt positionieren und der Gewinn, also diese beiden Awards bestätigen sozusagen, dass wir beides geschafft haben. Wir haben gewonnen für unseren Kunden Bitsa, den Industrie-Bestes Video im PR-Bereich. Und für uns ist das Stevie Award sehr wichtig, denn er motiviert uns einfach weiter, Risiken einzugehen, neue Dinge zu probieren. Und darauf sind wir sehr stolz. Auch für das Unternehmen ist das natürlich eine ganz besondere Auszeichnung. Wir existieren seit über 70 Jahren. Und dass wir nach 70 Jahren nochmal so Preise gewinnen können, ist natürlich auch etwas ganz Besonderes und zeigt auch, dass wir mit dem Unternehmen auf dem richtigen Weg sind. Für uns bedeutet die Auszeichnung des Deutschen Stevie Awards ein Alleinstellungsmerkmal. Als regionales Büro haben wir eigentlich eine begrenzte Reichweite, aber die Auszeichnung auf Bundesebene ist für uns natürlich nochmal Bestätigung darin, dass wir die Extra-Meile für den Kunden gehen. Auf der Awards-Webseite finden Sie Interviews mit vielen weiteren Preisträgern der German Stevie Awards. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Ihre Organisation von einem Stevie bei den German Stevie Awards profitiert, kontaktieren Sie uns unter helpplusuropeatsteviawards.com. Vielen Dank.